Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge des Command & Conquer 3 Tiberium Wars Let's Plays, beziehungsweise zur, ähm, und, äh, wir haben, ja, jetzt rausgefunden, dass wir, äh, die Tiberium-Dinger zum Explodieren bringen können. Und das ist jetzt erstmal mein Ziel, würde ich sagen. Wir probieren mal, ob wir diese Tiberium-Dinger zu explodieren kriegen. Ja, die Dev hier passt noch. Dann brechen wir das ja einmal alles ab. Ja, wir brechen wirklich einmal alles ab. Also, äh, ich forsche noch irgendwo, wie ich sehe. Ah nein, ich repariere noch. Alles klar. Das ist das, wo das Geld hinwandert. Ich hab mich grad gewundert, Mensch. Warum gebe ich denen noch Geld aus? Na ja, klar, macht ja Sinn. Ähm. Ah nein, wir bauen noch den Redeemer. Alles klar, stopp. Den brechen wir kurz ab. Mich interessiert nämlich folgendes. Wir haben folgendes Bonus-Ziel. Setzen Sie die, setzen Sie die Tiberium-Adder-Dinger-Nation ein, um die Tiberium-Fälle der GDI zu vernichten. Die Tiberium-Adder-Dinger-Nation für 2000. Die will ich jetzt einmal ausprobieren. Wir speichern einmal. Äh, und gucken, ob das cool ist. Oder ob es scheiße ist. Und erfüllen damit erstens das Bonus-Ziel. Und zweitens, wenn wir gut sind, nehmen wir denen damit nämlich das Geld weg. Oder auch nicht. Das hat jetzt Cooldown. Hm. Das Ding ist immer noch da. Anscheinend hab ich das Erz nicht wegbekommen. Gut, wir warten auf, auf den, äh, CD. Die Frage ist, ob jetzt hier einfach nichts mehr wächst. Man könnte hier unten einmal eine Tiberium-Saat raushauen. Zack. Schon mal so einfach als sinnvoll. Bevor wir den Angriff denn starten. Also momentan haben wir ja Luft. Ohne Ende. Ihr könnt euch immer rappen gehen. Warum nicht? Die DEF hält ja. Das Wichtigste passt. Da erfüllen wir erstmal schön das Bonus-Ziel jetzt. Das Ding sollte ich definitiv auf Cooldown halten. Die Tiberium-Saat. Schau euch das hier an. Definitiv. Das bleibt auf Cooldown. Äh, der Redeemer geht auch gleich wieder los. Wir machen jetzt erstmal noch die zwei Explosionen hier. Einfach, weil wir es können. Punkt. Ich glaube, wenn ich den Sammler hier mitgenommen hätte, wäre es besser gewesen. Aber egal. So, komm. Und Explosionen. Jetzt haben wir das noch. So, was haben wir hier? Gut. Können wir alles rappen. Dann passt das. Und dann müssen wir noch das eine hier oben hochjagen. Und dann ist dieses Bonus-Ziel erfüllt. Dann könnten wir eigentlich sogar anfangen mit der Detonation. Hier vielleicht sogar ein bisschen den Strom überall wegzunehmen. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Aber wahrscheinlich nicht. Äh. Wollen wir den Redeemer mal schon in Auftrag geben? Oder warten wir damit noch? Wir geben ihm mal in Auftrag. Äh. Auch wenn ich ihn jetzt als nicht so super wichtig ansehe. Und es zeigt sich wieder einmal, wie oft es einfach schon was bringt. Ähm. Wird ja definitiv das Ding auf Cooldown halten müssen. Wie oft es denn einfach schon was bringt. Äh. Eine gute Dev zu haben, um Zeit zu gewinnen, um sich gemütlich aufzubauen. Ich habe ja letzte Folge, glaube ich, nur einmal diese Mission hier neu gestartet. Dann war ja schon wieder alles cool. Aber einmal neu starten kam ich nicht drum rum. So. Der Redeemer ist durch. Und eigentlich. Äh. Jetzt haben wir gar nicht genug Erz für die Explosion, was nicht schlimm ist. Und eigentlich bräuchte ich auch dringend dieses Saatding. Und eigentlich ist das Erzfeld hier so schwach, dass ich hier den zweiten Sammler wegnehmen sollte. Oder das Erzfeld hier drüben erobern muss. Eins von beiden. Ich würde sagen, wir nehmen definitiv hier unten mal den zweiten Sammler weg. So wie das hier momentan aussieht. Nehmen wir den weg. Stellen den hier hinten hin. So. Und hier die Explosion rein. Zack. Perfekt. Bonus-Ziel erreicht. Und auf geht es mit dem, was wir eigentlich davor schon machen. So und davon fünf. Und zwar eine Armee aufbauen. Kann sein, dass ich das jetzt ab und zu mal unterbrechen muss. Weil ich muss hier gleich nochmal die Saat reinhämmern. Ja, ich unterbreche gleich mal direkt. Muss ich definitiv nochmal mit der Saat hier draufhauen. So, einmal alles rappen. Dann hier. Saat. Wir nehmen jetzt wieder da hin. Perfekt. Und produzieren. So, wir können aber eigentlich mal, wir speichern mal, probieren. Was denn passiert, wenn ich den Sammler einfach mit abbauen lasse. Und zwar hier vorne. Wenn ich den hier einfach hinschicke zum Abbauen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich weiß, im schlimmsten Fall verliere ich ihn. Im besten Fall wird es easy. Und wir können ab und zu ein bisschen Erz mitnehmen. Weil man könnte jetzt hier versuchen, eine Front mit aufzubauen. Mit so ein paar Gebäuden. Aber ach. Wir probieren mal, was hier passiert. So. Da abbauen. Los geht's. Du machst das Ding. Ich meine, nur weil wir kein Tiberium bei uns haben, heißt das ja nicht, dass wir kein Tiberium woanders abbauen können. So, alles wird repariert. Haben wir noch andere Ziele jetzt? Nein, wir haben bloß noch das Ziel, diesen Bauhof hier zu erobern. Was wahrscheinlich sogar super easy wird. Aber vermutlich werde ich danach ja noch alles mögliche andere besiegen müssen. Obwohl die Angriffe auf mich ja tatsächlich mittlerweile nachlassen. Von daher, es war ja die erste Phase schlimmer. Wenn ich mich so an den ersten Moment erinnere. Dafür habe ich zwar jetzt so gut wie keine Armee aktuell, aber ich weiß noch. In der ersten Folge habe ich richtig viele Angriffe abgekriegt. Und jetzt ist hier eigentlich angenehm Ruhe gerade. So, der fährt freiwillig wieder weg. Das passt. Alles easy. Der hat auch nichts kaputt bekommen. So weit, so gut. Was ist das hier? Ein Flugzeug wirft über ein Schlagfeld eine Dispersionsbombe ab. Uninteressant. Das ist uninteressant. Weil nach... Ne, das tut ja auch nicht nachwachsen. Das ist ja bloß eine große Explosion. Ähm. Ist eigentlich alles uninteressant. Er hat ernsthaft geschafft, ist eine Einheit zu töten. Gut. Könnt ihr euch vielleicht woanders sammeln? Da vielleicht. Dass die Dev hier ihr Ding machen muss und nicht ihr mit angegriffen werdet. Mal probieren, ob das klappt. Also ich war gerade verwundert, warum nichts mehr passiert, aber es macht erschreckend viel Sinn, wenn die Produktionen pausiert sind. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Weil... Unser Stützpunkt wird angegriffen. Der schafft es quasi von alleine hier drüben abzubauen, ohne dass was passiert. Egal. Er kriegt trotzdem jetzt noch einmal die Saat hier reingedrückt. So, da ist sie fertig. Da hin. Ähm. Hier oben reparieren. Unzureichende Mittel. Reparaturhaft. Reparaturhaft. Gehen wir auf die Jagd. Das wäre die Frage, ob wir jetzt hier noch einen zweiten Sammler hinschicken wollen. Und das Ganze hier ein bisschen zu beschleunigen. Wehtun würde es mir nicht. Komm, wir bauen noch einen Sammler. Kommt hier aus dem Bediener raus. Passt schon. Wenn er weg ist, ist er notfalls weg. Aber im besten Fall kommen einfach mehr Ressourcen... Ressourcen? Ressourcen rein. Weil bis jetzt ist er ruhig auf der Karte. Zunächst hinsichtlich Bodenangriffe. Ich weiß nicht, ob das wieder daran liegt, dass ich das Spiel neu gestartet habe. Zwischen den Folgenwechsel. Jetzt wird geerntet. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, dass ich sowas nur mal vermute, befürchte. Aber es hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Es hat sich nicht für mich so herausgestellt, dass ich das feststellen konnte. Das ist die korrektere Formulierung. Es kann durchaus so sein, dass es so ist. Aber ich habe das dann immer nicht nachvollziehen können. So, jetzt haben wir hier schön zwei Sammler. Perfekt. Hier unten noch den. Und ich würde mir dann jetzt auch sparen, eine weitere Tiberium-Sat hier hinzuschicken. Und notfalls diesen Sammler auch einfach mal hier mit hinschicken. Da wir so viel Ruhe haben. Wir bräuchten für später noch einen, da, können wir schon mal da hinstellen. Noch einen Saboteur, den brauche ich für später, weil ich muss ja das Ding erobern, nicht zerstören. Kein großer Unterschied, aber ein wichtiger. So, hier geht die Produktion mit den Panzern jetzt los. Wunderschön. So soll ich den jetzt wegschicken oder nicht? Nein, ich lasse den zumindest das hier noch alle machen. Wenn es alle ist, schicke ich ihn auch nach hier links. Obwohl, ich glaube, mit drei Sammlern kriegen wir sogar das Erzfeld alle. Das ist sogar mit zwei ja schon leicht angeknabbert, auch wenn es weit weg ist. Naja, ich glaube, mit zwei werde ich es nicht angekriegen. Aber mit drei, denke ich, wird das schon sein Ende finden. Wo? Ich sehe noch keine. Weder er noch Bodentruppen. Hm, keine Ahnung. Woher kriegt man einen neuen Sammelpunkt dahin? Ich sehe schon, dass die schon wieder anfangen, sich hier vorne zu sammeln, was sie nicht sollen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, passt. Reparaturhaft. Skorpion ist bereit. Ja, ich kann euch aber jetzt schon sagen, wir werden wahrscheinlich diese Folge keinen Angriff mehr starten. Ich denke, er wird erst nächste Folge losgehen. Skorpion ist bereit. Was aber eher der Tatsache geschuldet ist, dass ich hier... Mich halt momentan noch aufbaue. Skorpion ist bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Muss ja sagen, der bombt schon ordentlich rein, ne? Muss man ja so sagen, wie es ist. Ich könnte mir echt vorstellen, hier nochmal ein weiteres Mal Anti-Air hinzustellen. Und am besten hier unten hin. Dahin, dahin und dahin. Haben es besser als hätte. So, jetzt kommen hier die ersten Avatare vom Band. Der schafft es immer noch, dass er hier unten voll wird. Also die Tiberiumsaat. Muss man erst so sagen, wie es ist. Die hat schon lange, lange geholfen. Hier weiter an Erz ranzukommen. Wenn ich jetzt einmal ein 500, dann... Scheiß drauf! Warum hat noch einmal eine Saat raus? Wenn sie sich schon so anbietet. Warum nicht? So, also ich meine, die Armee ist jetzt nicht so schwach, dass es sich nicht lohnt anzugreifen. Aber ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen warten. Nicht, nicht mehr ewig, aber ich denke mal noch so einmal von jedem hier oben zehn. Ob ich dann nochmal auf weitere fünf Kampfrobote warte, weiß ich nicht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie stark hier oben diese Armee ist. Aber eigentlich macht er ja schon nichts mehr. Der steht ja schon überall still. Ich weiß nicht, ob das an meiner Explosion lag, aber... Bis auf hier... Baut er nirgendswo mehr ab. Und Bodenangriffe haben wir hier auch schon lange keine mehr gesehen. Also, ich glaube, der hat entweder damit aufgehört, weil ich einfach zu viel Dev hier hingestellt habe. Ich weiß es nicht, aber er hat halt damit aufgehört. Oder es hat wirklich aufgehört, weil ich das Bonus-Ziel erfüllt habe. Das ist natürlich auch möglich. Ich weiß es nicht. Oder er hat einfach aufgehört, weil ich das Spiel neu gestartet hatte. Aber es macht keinen Sinn, weil der hatte am Anfang noch Angriffe rausgeklatscht. Eigentlich macht der Gedankengang wenig Sinn. Naja, egal. Ich weiß es nicht. Der Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Avatar bereit. Reparatur läuft. Notmod ist bereit. Jaja, noch zwei Minuten warten. Ihr braucht euch keine Hoffnung mehr machen, dass diese Folge noch irgendwas Spannendes passiert. Ich sah es euch so, wie es ist. Notmod ist bereit. Genau, aber die besondere Eigenschaft, wenn der Notmod fertig ist, geht kurz das Geld nicht mehr runter, weil es so lange dauert, bis der Notmod hier rausgefahren ist. Und erst dann werden wieder Gelder ausgegeben. Sehr interessante Mechanik. Wollte ich nochmal erwähnen. Hat mir oft schon Kopfzerbrechen bereitet beim Armee produzieren. Aber wenn man sich das hier anguckt mit einem Sammler, wenn man jedes Mal kurz bevor es so weit ist, aufhört, Geld auszugeben und einmal auf 500 Tiberium wartet, kann man jedes Mal hier unten die Saat erweitern. Also, dieser Cooldown reicht genau aus, damit das Erzfeld nicht alle wird. Das muss man ja mal so wirklich dazu sagen, so wie es ist, dass das ja wirklich funktioniert. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht an die 500 rankommen. Oder, nee, das Geld dürfte gleich alle gemacht werden. Mal gucken. Doch, passt. Dann dahin. Davon die nächsten 10 in Produktion. Bei den Buggys übrigens die gleiche Eigenschaft, ne. Wenn das Geld fertig ist, wird es kurz angehalten und der muss erstmal hier rausgefahren werden und gespawnt werden. Selbe Eigenschaft. Haben, glaube ich, alle die aus diesen Produktionsgebäuden kommen. Bei den Bodentruppen hier weiß ich es nicht, aber bei den Fahrzeugen bin ich mir da safe, sicher, dass das so ist. Gut, die 20 Minuten sind rum. Das heißt, wir gehen einmal in die nächste Folge. Ich denke, nächste Folge wird die Armee groß genug sein, dass wir hier angreifen. Dann werden wir auch das Ding da erobern können. Wir haben, ich mache mir wenig Sorgen, dass wir die Mission nicht mehr schaffen. Es sei denn, ich bin irgendwie zu dumm. Aber eigentlich weiß ich nicht, was ich zu machen habe. Also, wir gehen in die nächste Folge. Ich bedanke mich sehr für das Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben. Dann schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sagen wir mal zum Schluss. Tschö-Mü-Dö.